Jetzt taubt es wieder an, wenn Dennis auch nicht. Und der hat natürlich damit gerechnet, dass er Thomas ist länger. Er hat dann wohl aufgehend. Jetzt macht er noch zwei Spürre. Er hat sich so ein bisschen zu den Hannoveraner-Fallen entwickelt, der Dennis. Er hat sich so ein bisschen zu den Hannoveraner-Fallen. Und da ist es auch Holstein. Und dann gibt es auch Holstein. Und dann gibt es das auch nicht.